Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, willkommen zu dem heutigen Video. Heute machen wir mal wieder so einen kleinen Review-Umschwung. Wir reden ganz gemütlich über Spiele, die ich in letzter Zeit gezockt oder angezockt habe. Manchmal gebe ich euch meine Meinung zu dem Spiel, oft ist es aber nur so ein erster Eindruck. Oder wir haben die Spiele bewusst und so ein bisschen angezockt durch Wunschspiele oder so. Oder es sind Spiele, die nicht unbedingt eine eigene Review von mir bekommen werden, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen haben wir uns einfach mal Spiele angeguckt. Und da ihr ja immer ganz, ganz gierig nach Meinungen seid, habe ich gedacht, komm, ich hau mal was raus. Vor allem da gerade bei einem Spiel, was im Moment ja relativ prägnant bei mir ist, es noch ein bisschen dauern wird, bis ich das Spiel durchgespielt habe. Vor allem, da ich jetzt eh erst mal elf Tage unterwegs bin. Meine Damen und Herren, ich bin aber auch auf der Gamescom. Das an dieser Stelle noch einmal. Ich bin tatsächlich jeden Tag auf der Gamescom anzutreffen. Es kann sein, dass ich mich bei einigen Tagen vielleicht um 18 Uhr schon verdrücke, weil wir noch was vorhaben. Aber ich bin prinzipiell jeden Tag da und ich denke mal, ihr werdet relativ gut mitbekommen, wo ich stehe. Ich werde es auch mal zwischendurch wahrscheinlich mal posten. Aber da ich mich sehr wahrscheinlich mit Nerdy, Hubi, David, Sefi oder anderen Leuten irgendwie rumtreiben werde, ja, werdet ihr uns wahrscheinlich schon finden können. Sprecht mich, wie gesagt, gerne an. Habt da keine Berührungsängste. Ich freue mich sehr. Und ich muss an dieser Stelle sagen, beim letzten Video hatte ich tatsächlich vergessen, den Link für das Merchandise mit einzubringen. Das habe ich jetzt nachgeholt. Ab jetzt gibt es den Link von der Shirty-Seite immer unten in der Beschreibung. Aber wie gesagt, für euch. Ihr seht es jetzt halt gerade. Ich trage jetzt halt auch wieder Merch. Und ich werde auch mit Merchandise tatsächlich auf der Gamescom da sein. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich da einfach extrem drüber. Vor allem, weil es halt einfach richtig schöne, günstige Klamotten sind. Das ist so gute Qualität für das Geld, aber genug der Werbung. Wir fangen jetzt an. Das erste Spiel ist Return of the Opera Din. Vor diesem Spiel hatte ich nur damals durch der Raketenjansel. Und ich glaube, den Jedi will mal gehört. Und es hatte sich ein Zuschauer gewünscht, der liebe Yossi. Und dann haben wir dieses Spiel. Also immer, wenn sich jemand im Stream ein Spiel als Wunschspiel wünscht, muss ich es mindestens eine Stunde streamen. Und manchmal, wenn mir das Spiel gefällt, streamen ich es dann halt dementsprechend ein bisschen weiter. Und das habe ich hier getan. Dieses Spiel war sehr faszinierend. Ihr seht halt jetzt schon den Artstyle. Return of the Opera Din. Sehr, sehr interessantes Spiel. Ein sehr einzigartiges Spiel. Ich habe kein Spiel dieser Art und in dieser Form bisher gespielt. Man kommt halt auf dieses Schiff. Und man hat halt diese eine gewisse Fähigkeit. Oder sagen wir mal nicht Fähigkeit. Aber vielleicht ist es eine Fähigkeit. Aber du kannst halt so ein bisschen mit der Zeit reisen und mit der Zeit spielen. Und so siehst du halt Einblicke. Wenn du zum Beispiel eine Leiche findest, dann kannst du immer in den Moment des Todes reisen. Und gucken, okay, wer ist da noch? Wen sehe ich hier noch? Und so musst du halt zusammenpuzzeln, was ist passiert? Und zwar in welcher Reihenfolge? Wer sind die Menschen? Du musst die Menschen zuordnen. Und du musst halt für dich irgendwie erschlüsseln, was ist hier genau vorgefallen? Und das ist halt so eine Art Puzzlespiel. Aber eben auf eine sehr einzigartige Art und Weise. Weil du halt dein Logbuch hast und immer mehr Informationen sammelst und einträgst. Und am Anfang hatte ich mal die Schwierigkeiten. Ich habe es nicht ganz verstanden vom Gameplay her. Aber dann war ich drinne und dann hat es echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, mit Erzählung, Sprachausgabe. Ein sehr einzigartiges Spiel, was ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen kann. Obwohl ich es jetzt, ich glaube, wir haben es zweieinhalb Stunden gespielt. Und ich werde es nach der Gamescom auf jeden Fall auch nochmal mit den Leuten im Discord weiterspielen. Da freue ich mich schon drauf. Im Moment habe ich halt einfach nicht so die Zeit gehabt. Ihr wisst ja selber, alles Trubel. Und ich bin noch voll dabei, mich überhaupt selber erstmal zu ordnen. Ich habe mir ja sehr, sehr viel vorgenommen. Mit Onlyfans, mit guten Laune, Tim. Mit Videos auf dem Hauptkanal. Und mit den YouTube-Shorts, die ich jetzt ja auch schon ein bisschen vorproduziert habe. Das braucht alles noch so ein kleines bisschen Zeit. Dann kann ich auch meinen neuen Souls-Kanal ein bisschen besser füttern. Vielleicht, wenn ich dann auch mal wieder ein bisschen meine Cutter mit einbinden kann in das Ganze. Ja, dann habe ich da auch mal wieder mehr Zeit für. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe auch schon viele Videoprojekte, die ich schon wieder im Kopf habe. Wo ich dann demnächst wieder die Zeit für nehmen kann. Ich freue mich sehr. Und ein kleines Danke zwischendurch haue ich immer gerne rein. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Worte, für die ganzen Mut-Zusprechungen aufgrund meiner neuen Selbstständigkeit. Das bekräfte ich extrem in dem Schluss, das wirklich zu schaffen. So. Xenoblade Chronicles 3. Der große Elefant im Raum. Ich habe es tatsächlich hier sogar liegen. Dieses Spiel ist ja mal unfassbar gut. Ich finde es halt krass, wie sie auf einem so hohen Niveau bleiben, wenn wir die Hauptspiele betrachten. Weil Xenoblade Chronicles X hatte halt auch nur seine Problemchen. Aber es war ja trotzdem ein ganz gutes Spiel. Aber die anderen Xenoblade Chronicles Teil 2 und Teil 3 sind... Oh mein Gott. Der einzige kleinen Kritikpunkt, den ich im Moment Stand jetzt hätte. Ich bin ungefähr bei... Ich würde schätzen sieben oder acht Spielstunden. Ich bin auf Level 30 und die Welt entfaltet sich jetzt so langsam. Ich habe doch relativ viele Orte gesehen, die relativ gleich aussahen. Aber jetzt so langsam, wenn ich auch mal meine ganzen Nebenquests mache, sieht man, wie gut die Welt drumherum designt ist. Wie gut die Orte auch ineinander teilweise übergreifen. Also, aber so von der rein Weltenabwechslung habe ich das Gefühl, ich habe da in Xenoblade Chronicles 2 Besseres gesehen. Aber das ist halt nur nach acht Spielstunden. Und das ist Meckern auf höchstem Niveau. Alles andere, die Musik so gut. Oh mein Gott, hat das geile Musikstücke. Die aus den Kolonien, wenn sie befriedet wurden, so schön. Oder aus dem Seashfield ganz am Anfang. Und mein liebstes Lied ist aktuell der Kampf gegen die Consuls. Oh mein Gott, ist das ein geiles Ding. Die Charaktere, die Story fesselt mich total. Ich will es unbedingt weiterspielen. Und ich liebe die Figuren. Und die Sprachausgabe ist die wahrscheinlich beste englische Sprachausgabe, die ich je gehört habe. Oh mein Gott, ist die gut. Also ich bin völlig hin und weg. Und es ist halt wirklich schwer, hin und weg zu sein in diesem Spiel, weil ich aktuell einfach sehr gerne Monster Hunter suchten würde. Denn das Monster Hunter Sunbreak Update ist auch der absolute Hammer. Also so problematisch Monster Hunter Rise war, weil kein Content und unfertig, umso besser ist Sunbreak. Das ist halt so krass. Sie haben mit dem einfach mal ein kostenloses Update gehauen jetzt, wo wir so viel freigeschaltet bekommen haben. Diese ganzen Quests, auf die du jetzt gehen kannst, die ganzen Untersuchungen, die ganzen, du musst ja erstmal auf Level 100 der Untersuchung kommen und so weiter. Und dann bekommst du erst die ganzen neuen Anomalie, äh, nicht Anomalie, die befallenen, die Quirio befallenen Monster. Und so viel neue Dekoration, so viel neue, oh Gott. Neue Monster und damit neue Rüstungsteile. Es gibt wieder so viel zu tun. Monster Hunter Sunbreak ist ein absolutes Monster und mausert sich so langsam zu einem meiner liebsten Monster Hunter-Teile. Mal gucken, wo das Ganze noch hinführt, denn es kommen ja noch mehr Updates. Wenn die nächsten Updates auch wieder so viel Content nachreichen, oh mein Gott. Dann einfach nur so mal ganz kurz zwischendurch, ist kein Videospiel, aber, ähm, Blue Lock, habe ich den ersten Band gelesen. Und ich finde es sehr interessant, wie sie ja doch tatsächlich einen ganz anderen Stil in ein Fußball-Anime gelegt haben. Das Ding ist, man kennt halt Fußball-Anime so aus diesem typischen, man hat halt eine Mannschaft und die Mannschaften haben so ihre Stars, Captain Tsubasa und die Kicker, ne. Und das hier geht halt eher wirklich darum, dass der japanische Fußballverband hat gesagt, wir wollen den besten Stürmer der Welt. Wir wollen endlich mal wieder relevant sein und dafür brauchen wir einen guten Stürmer. Und deshalb haben sie halt Blue Lock. Blue Lock ist der Name von dieser Einrichtung, wo jetzt die, ja, die vielversprechendsten Stürmer, die sie bisher so gefunden haben, kommen in so ein Camp in einem gewissen Alter. Ich glaube, das sind alles jugendliche Stürmer, ne. Sie wollen die halt, die nächsten Nachwuchsstürmer. Und werden halt in so ein Camp geschickt. Und das geht halt schon relativ fix los. Sie werden da halt eingesperrt, sie haben keinen Kontakt mit der Außenwelt, müssen ihre Vereine verlassen. Und nur einer kann am Ende der Superstürmer werden. Und für alle anderen gelten gewisse Bedingungen. Ich will selbst den Anfang nicht so besonders doll spoilern, was da so die Rahmenbedingungen sind. Aber natürlich hast du ganz viele interessante Charaktere, du wirst in Teams gepackt. Und das ist halt mal etwas völlig anderes, weil es entsteht halt wirklich ein Kampf. Es geht wirklich mehr Richtung Schonen, diesen typischen Schonen-Design, als dass es so ein klassischer Fußball-Anime ist. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Interessanter Ansatz. GTA 5 haben wir gespielt. War ja die eine Strafe. Nee, nee, nicht eine Strafe. Wir hatten Community-Punkte gesammelt. Und deshalb musste ich GTA 5 spielen. Sechs Stunden. Oh mein Gott. Es tut mir ja wirklich leid. Ich bin einfach kein Fan von GTA. Und das war mir vorher auch schon klar. Ich verliere einfach nach einer Stunde GTA-Gameplay absolut die Lust. Und ich wusste nach zwei Stunden nicht mehr, was ich machen sollte. Ich bin froh, dass Coco da war. Und dass Mirko noch kam. Weil das hat die Zeit rumgebracht. Wir hatten ja irgendwann die Cheats aktiviert. Und dann sind wir halt einmal auf die Marine, auf die Armee-Basis. Und selbst da hatte ich nach fünf Minuten Langeweile. Es ist einfach ein Spiel in der realen Welt. Ist für mich einfach so bocklangweilig. Und es hat für mich einfach mal wieder bestätigt, was ich eh schon gedacht hätte. GTA 5 ist ein großartiges Spiel. Aber einfach nichts für mich. In keinem einzigen Punkt. Und deshalb weiß ich es jetzt einfach auch mal wieder. Ich habe es wieder mal probiert. Und GTA ist einfach nicht mein Genre. Ich mag halt keine Spiele, die unsere Realität abbilden. Sondern ich möchte etwas Fantastisches haben. Oder wenigstens dann in der realen Welt irgendwas Besonderes. Aber GTA ist nicht meins. Pokémon Ranger habe ich gespielt. Ich bin sehr froh, einen Blick auf dieses Franchise geworfen zu haben. Ähnlich aber wie bei Pokémon Mystery Dungeon ist das süß und nett gewesen, sich das mal angeguckt zu haben. Aber mehr war es auch für mich jetzt tatsächlich nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht großartig weiter die Pokémon Ranger Serie jetzt beachten. Weil ich einfach, ja, die Idee war nett und der Charme und alles so drumherum. Aber so das Gameplay, also nicht so schlimm wie bei Mystery Dungeon. Mystery Dungeon hat mich ja komplett abgeturnt. Ich hasse dieses Dungeon Crawling System. Da war Pokémon Ranger eher schon mein Fall. Aber trotzdem, es war schön, einen Blick drauf geworfen zu haben. Charme süß, Musik süß und so weiter. Aber es hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich sage, ich muss unbedingt Pokémon Ranger zu Ende spielen. Den Kappel-DC habe ich selbstverständlich gespielt. Und ich bin, ja, im Endeffekt, habe ich es ja schon mal erwähnt, so geht DLC. Der Kappel-DLC ist der absolut geilste Shit. Wahnsinn, was sie da gerockt haben. Und ich hoffe einfach, dass es das nicht war für Kappel-Cappel. Weil es hat jetzt ja sehr lange gedauert. Ich hoffe, dass es jetzt doch nochmal physisch rauskommt. Dass Kappel-Cappel den Hype aufrechterhalten kann. Und dass, ja, dass wir jetzt demnächst abgehen. An dieser Stelle, wer jetzt Bock hat, demnächst vielleicht uns weiter zu verfolgen. Ich bin jetzt ja die nächsten Tage bei Hübi. Wir reisen am Dienstag ab. Das heißt, ich bin Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag bin ich beim Hübi. Und falls ihr mich irgendwann mal sehen wollt, dann guckt doch mal auf seine Profile. Weil da werde ich wahrscheinlich mitstreamen. Und bestimmt jetzt auch in einigen Videos zu sehen sein. Und andersrum wird er dann auch hier bestimmt mal wieder zu sehen. Dann werden wir lustige Videos aufnehmen. Unter anderem werden wir wahrscheinlich auch Kappel spielen. Also Kappel-DLC, von der Idee, von der Schwierigkeit, alles so ein geiler DLC. Aber auf Expert sind sie ein bisschen ausgedeckt. Aber das ist okay. Es ist ja eine optionale Schwierigkeit. Dann habe ich Kingdom Hearts 2 gespielt. Das hat sich der Sora gewünscht. Und als Dank für seine Mod-Arbeit habe ich es dann ein bisschen länger gespielt. Ja, also ich muss sagen, auch hier bin ich erneut froh, einen Blick drauf geworfen zu haben. Weil ich tendenziell immer die Erfahrung schätze. Selbst wenn ich ein Spiel spiele, wo ich einfach merke, okay, das ist einfach nicht mein Fall. Klar, wie bei GTA V kann es manchmal schon echt anstrengend werden. Aber trotzdem habe ich lieber die Erfahrung gemacht, als nicht die Erfahrung gemacht zu haben. Und dann nur zu glauben, dass das Spiel nichts für ihn ist. So weiß ich es einfach mal wieder. Kingdom Hearts hat halt das große Problem, dass eine viel zu verworrene, viel zu undurchsichtige Story über viel zu viele Spiele auf viel zu vielen Plattformen fährt, wochen wurde. Und das ich einfach nicht möchte. Ich möchte halt vorher kein Studium durchführen, um eine Story in einem Spiel genießen zu können. Aber Kingdom Hearts hat auch das Problem, dass sie eine Geschichtenerzählung gewählt haben, die für mich persönlich nicht wirkt in den Spielen. Weil Kingdom Hearts 2 hat selbst innerhalb der Geschichte von Kingdom Hearts 2, sie wählen eine Geschichtenerzählweise, die darauf aufbaut, dass du 80% des Spiels nichts checkst. Du hast keine Ahnung, was abgeht. Das Spiel erklärt dir alles in den letzten 20% des Spiels. Okay, das ist interessant für einen Film, der zwei Stunden geht. In einer Serie kann man es bedingt machen. Aber in einem 60-Stunden-Spiel möchte ich nicht 50 Stunden spielen, ohne zu checken, was da abgeht. Und dann alles am Ende erklärt bekommen. Okay, wenn euch das gefällt, ja. Aber ich finde diese Erzählweise von Kingdom Hearts da einfach ein bisschen weird. Es ist halt super kryptisch. Und alles ist so ganz angedeutet. Und du blickst halt nichts, wer was ist und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie nicht meins gewesen. Aber das große Problem ist tatsächlich das Gameplay, was mir überhaupt nicht gefällt in Kingdom Hearts 2. Alles andere bin ich aber sehr überrascht gewesen. Kingdom Hearts 2 sah sehr viel besser aus, als ich gedacht hätte. Wunderschön gestaltet. Die ganzen Orte, die ganzen Welten. Gut über die Musik wusste ich von vornherein schon Bescheid. Und die ganze Präsentation von Kingdom Hearts 2 ist unglaublich gut. Hat mir sehr, sehr positiv gefallen. Dann noch so Kleinigkeiten, die ich ganz witzig fand, wie diese kleinen Minispiele. Oder sehr so kleine Dinge, die man immer entdecken konnte in den Städten. Also das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Aber das Kampfsystem ist nicht meins. Und diese Art der Geschichtenerzählung, dass du da die ganze Zeit so hängst, hä? Und dann nach 50 Stunden, ah ja, okay, jetzt verstehe ich's. Nicht ganz mein Fall. Cyber Shadow hat sich der Maurice gewünscht. Das Spiel habe ich gespielt und das ist natürlich so genau mein Fall. Das werden wir demnächst nochmal durchstreamen. Das ist halt so richtig klassische Jump'n'Run-Action. Hat halt was von... Ach, da sind ganz, ganz viele alte Franchises drin verwoben. So ein bisschen Ninja Gaiden, Castlevania so ein bisschen drin. Hat auch die gleichen Probleme mit dem Knockback wie Castlevania. Und super geiles Spiel, macht echt Spaß. Ganz, ganz tolles Gameplay, super geile Musik. Und ich mag ja diesen Artsteel sowieso sehr, 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 sehr gerne. Von daher, da freue ich mich schon, das Spiel mit euch demnächst mal durchzuspielen im Stream. Dann Silt. Ja, Silt ist ja dieses... Hm. Ist ja dieses Gruselspiel. Und es ist unter Wasser. Oh ja, das ist ja genau mein Ding. Limbo, Inside, wir kennen diese Art von Spiele. Und jetzt haben sie halt Silt gemacht unter Wasser. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Spiel hat erstens echt Spaß gemacht. Es hat ein cooles Feature und hat wieder eine sehr, sehr gute Mischung aus Stimmung und aus Gameplay und aus Puzzle. Und es hat tatsächlich mir nicht so sehr gegruselt, wie ich gedacht hätte. Zum einen, weil es wahrscheinlich nicht Ego-Perspektive ist. Zum anderen, weil gar nicht so viel passiert, wie ich jetzt gedacht hätte. Es ist halt eher so ein bisschen Stimmung und Puzzle. Aber es ist nicht so, wie der Trailer andeutet, dass alle fünf Minuten dir der riesige, große Horrorfisch um die Ohren spielt. Es gab Momente, wo ich echt gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo mir echt ein bisschen das Herz in die Pumpe gegangen ist. Ich habe diese komische Unterwasser-Phobie. Aber es ging. Ich hätte es schlimmer gedacht. Und ich hatte tatsächlich eine Zeit lang echt Spaß mit dem Spiel. Also es ist ein tolles Spiel. Vor allem, wenn man keine Angst hat, so wie ich. Und dann war da noch ein kleines Wunschspiel. Oh mein Gott. Umehara Kawasei. Das Ding ist, das Spiel ist recht kurz. Und es hat eine ganz interessante Idee mit der Angel. Aber dieses Spiel ist meiner Meinung nach Trash. Es ist, also optisch muss ich tatsächlich sagen, gibt es Besseres. Es sieht alles die ganze Zeit gleich aus. Also es wirkt wie so ein zusammengebauter, ja, mit so einem Baukasten zusammengebastelt, die Level. Es sieht unstimmig aus. Und irgendwie als würde da ganz viel irgendwie fehlen. Die Gegner sehen super dämlich aus und wirken voll unplatziert in der Welt. Aber das größte Problem ist so ein völlig unkontrollierter Gegner-Spam. Beziehungsweise die Gegner, die respawnen. Und zwar random. Die Gegner an sich sind schon nervig, weil sie super stark sind. Und weil du sie nicht berühren darfst. Das Spiel hat halt so eine gewisse Physik mit der Angel. Eine Schwungphysik, eine Momentumphysik, mit der du das Spiel auch in zwei Minuten durchspielen kannst. Aber du willst dich mit dieser Schwungphysik erstmal auseinandersetzen. Du willst das Spiel lernen. Du kannst es aber nicht lernen, weil die die ganze Zeit um dich herum Gegner random spawnen. Und zwar die ganze Zeit. Relentless. Ohne Ende spawnen diese Drecks Gegner. Und das macht dieses Spiel zum absoluten Abfall. Wenn man das mit den Gegnern anders lösen würde, dann könnte man sich ja vielleicht noch mit dieser Physik ein bisschen auseinandersetzen. Aber so wie es aktuell steht, ist dieses Spiel komplett unfair, absolut broken und einfach nicht gut gemacht. Weil halt auch, wie gesagt, auch optisch. Die Musik ist ganz witzig, aber kein gutes Spiel für mich, meiner Meinung nach. Einfach kein gutes Spiel. Bestimmt interessant. Und das Franchise hat auch seine Fans. Aber ich finde Umihara Kavasei tatsächlich nicht gut gemacht. Ja, und das war so der kleine Rundumschwung. Das waren so ein paar Spiele, die ich in der Zeit gespielt habe, wo ich einen Eindruck gesammelt habe, die wir im Stream gespielt haben. Oder damit ich euch für Xenoblade und Monster Hunter so einen kleinen ersten Eindruck geben kann. Und ja, ein paar kleine Geheimtipps waren dabei. Wir haben in der Zeit auch viel nachgeholt. Wir haben mal wieder Shovel Knight gespielt, Hollow Knight mal wieder gespielt. Und Shovel Knight, geiles Spiel. Habe ich wieder übel Bock drauf. Wir haben viel Wii U gespielt in letzter Zeit. Wir wollen nochmal Yoshi's Woolly World spielen. Wir haben Tropical Freeze durchgespielt. Little Inferno gespielt. Human Resource Machine. Affordable Space Adventures. Haben einfach viel Spaß gehabt mit der Wii U. Und das, ja, mal gucken, was demnächst so dabei rumkommt. Vielleicht machen wir ja demnächst mal eine Playstation 3 Woche oder sowas. Keine Ahnung. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Sorry, jetzt kommen erstmal ein paar weniger Videos. Außer ich schaffe es beim Hubi was zu schneiden. Es kommen Videos für zwischendurch. Aber natürlich nicht in der üblichen Frequenz. Aber ich bin dann am 28. wieder zu Hause. Je nachdem, wann ich zu Hause bin, streamen wir vielleicht am Abend. Und ansonsten geht es dann am 29. mit dem großen Vlog los von der Gamescom. Ich denke mal, dass ich zwischendurch einen Vlog online bekommen werde von der Zeit mit Hubi. Dass ich den dann noch irgendwie schnibbeln kann für Montag. Kann ich aber nicht versprechen. Aber ich denke mal, ja. Von daher, wir werden uns auf jeden Fall zwischendurch sehen. Und spätestens für die Streams und für alles Übliche bin ich dann wieder ab dem 29. verfügbar. Hab euch ganz so lieb. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.